Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Stadtmitte. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 45 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1350 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.